Ein schnelles Ende auf der Matte, ah, siegreich, der Mann in blau, Ali Schabanao aus Weißrussland. Dann geht es sofort weiter mit dem Kampfnummer 79, Steven Graf aus der Schweiz gegen Jakub Mohr aus der Türkei. Bauchnummer 79, Steven Graf, Switzerland, Jakub Mohr, Türkei. Ja, auf der Matte, die erste Runde geht an Marien Blau. Er belegte bei der Europameisterschaft 2009, Platz 3. Es geht an Marien Blau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.